Moin Leute, lange ist es her, wo ich das letzte Sack of 2 Leather Video gebracht habe, deswegen gibt's heute wieder eins und viel Spaß. So, erstes Match auf Berlingrad gegen PLG Ammo oder so, I don't know, gegen einen Terraner, also Terraner. Nein! Ich weiß nicht, warum ich, also erstens weiß ich nicht, warum ich eh gehe, na gut, okay, weil das, weil das ist mein Hotkey eh ist, aber warum? Oh, jetzt stellt die Probe so, oh mein Gott, okay, hier habe ich einen Chronoboost weniger, das, das sorgt. Heute läuft nichts, äh, okay. Es war schon ein Reaper da, aber er hat nicht die Ramp benutzt. Gut, so, weil die Ramp nämlich eh nicht gewollt ist, weil ich, weil ich auf dieser Map keine, äh, die, die Ramp nicht wirklich wallen kann, weil das echt eine Kack-Ramp ist. Okay. Ich blinke immerhin, ne, ich hab nicht mal... Digga! Ach, komm, Digga! Oh, ich bin hier, in den Schaden. Ich bin hier, in den Schaden. Ach, komm, Digga! Hi, Gronz! Es ist unmöglich gegen so einen Terraner zu gewinnen. Okay. Okay, da steht da. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Ja, also... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.